Musik Wir Hijabis in dem Sinne vertreten das ganz gut mittlerweile, durch diesen ganzen Modi-Modi hier. Wie soll man das nennen? Ich sag immer Modi-Modi dazu. Ich bin Modi-Modi, ja. Musik Ich bin die Sarah von LIA. Ich habe das Ganze hier geplant. Das ist eine Modest Lifestyle Fashion Expo. Das bedeutet eigentlich, ganz kurz gefasst, dass wir heute verschiedene Frauen aus der Modest Lifestyle-Branche zusammenbringen. Sie connecten Influencer oder normale Mädels, die auch direkt an uns kommen können, unsere Fragen stellen können. Weil LIA ist ja ein bisschen so Social Media auf Instagram. Man kann nie gucken, wer ist dahinter, wer steckt dahinter und deswegen sind so Events da, damit man direkt an uns kommen kann. Wir machen verschiedene Touren auch, gehen Stadt zu Stadt und heute ist Hamburg dran. Musik Für mich ist alles neu, weil ich das erste Mal auf so einem Event bin. Ja, ist schön, so verschiedene Stände zu sehen, sei es leckeres Essen und auch die Modeshow war auch ganz toll. Und ja, also von alles Essen ist das Wichtigste für sie. Das Wichtigste. Das war alles schön, noch so. I promise that I'll always keep on doing what you did. Don't make me someone just like this. Wanna be someone just like this. Don't make me someone just like this. Und the more I get to know, the more I've learned to love all those 23 years. Ich finde das cool, dass meine Community auch irgendwo, dass die muslimische Community auch irgendwo so zeigen kann, was sie drauf hat, weil das Weltbild halt leider nicht so schön ist, aber wir haben mehr drauf als so bestimmte Dinge. Das versuche ich auch in meiner Comedy zu thematisieren, dass wir mehr sind als nur Deutsch, nur Türkisch. Wir haben mehr zu bieten und das ist halt so ein Beweis dafür, das finde ich sehr cool. Das ist halt so viel wert. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017